Musik 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 Na ja, hoffentlich wird es bei mir nicht so nass wie bei Herrn Schipanzi gleich, wenn er ins Wasser muss, ja? Musik 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 Ja, riesig! Riesig, auf einen Tag fräuter. Auf einen Tag? Ja! Arsch, er hat einen Tag rupen! In Riesen Wind! Er hat einen Tag, auf einen Tag! Er hat einen Tag, und er hat einen Tag, auf gehtsmehr – Musik 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 Und lächeln Musik Und lächeln Musik 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 Sollen die Arme so bleiben oder lieber als richtig zu So Machen wir mal hoch Machen wir mal hoch Ja Dann Machen wir mal jetzt etwas drauf Damit ich heiße Ja Aber Das wäre ja so möglich Das wäre so gut Geht nochmal mit? Ja Geht das hier? Ja Da sind wir noch so Ja Da sind eigentlich noch gut drauf Ja Ja, ganz gut. Noch ein Stück, wenn Sie ein bisschen vorstehen. Vielleicht liegt Beine runter, nur ein Bein. Aber Sie machen es gut mit. Manche Männer sind der Rückzug. Ach ne Gott, das will doch nicht aus. Zieh mal ab der Seite. Ja? Ja. Okay. Für ihn, also für uns reicht es. Er soll dann lieber die Jacke in der Hand haben und die... Ja, so ist es richtig. Auf der Seite soll die Jacke bleiben. Ja, ja. Noch ein Stück weiter. Genau. Weiter. Tauschen. Das ist mir in der Mitte so viel Buschelwaschen mit der Jacke. So mit der anderen. Ja, ja, ist auch okay. Noch mal. Ja. 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 Das wirkt sehr edel, weil die Bilder noch mal einen kleinen weißen Arm haben. Und dann mit der... Und dann stechen die doch mal so. Ja. 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 Nee, den darf ich aber so. Oder zoals? Nein. Nein. Du bist halt hier wie schönes. Nein. Ja, aber da auch. Nee, die wir brauchen, das nicht auch. Okay. Und dann, ähm... Aber dieses Brot... All das halt auf die Erdbeeren. Ich mach mal ganz halt auf. Werchen mal ganz halt auf aus? So, und wir gehen jetzt da lang. Ne, einmal bitte gleich. Genau. Jetzt. Jetzt. Er kennt mich ja nicht wieder. Ich würde schon sagen. Ja, alles zur Zufriedenheit? Wir müssen mal in die Bar gehen, wir zwei. Wenn Sie noch Geld haben, gehen wir da hin. Es ist ein bisschen anstrengend. Aber es macht auch ein bisschen Spaß. Naja, Spaß ist auch dabei. 3. Bauen wir den reck parap wrong haben. 4. 3. 4! 4. Parameter Texas. 5. 6 proletIn Mohammed, Danke, sehr gut, ja, kann so weitergehen. Kann so weitergehen, ja? Ja, ja, hat nichts dagegen. Ist es Ihre erste Fotosession oder haben Sie das schon mal gemacht? Ihr erstes Mal? Ja, ja, darum bin ich ja so aufgeregt. Und ich bin dabei beim ersten Mal. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Nicht zu tief in die Augen, denn eine schöne Frau gehört dir nie allein. Sind alle nett zu Ihnen? Ja. Ja. Ja? Das sagen Sie mal. Oder? Na, was sollen Sie denn machen? Na ja. Ist das Ihr erster Fotoshooting oder haben Sie es schon mal gemacht? Nein, das erste. Und, aufgeregt ein bisschen? Na ja, mit 85 ist man da aufgeregt. Sind Sie schon? Das wäre dieses Jahr noch 86. Ja, das war Wahnsinn, Kompliment. Müssen Sie mir mal Ihr Geheimrezept verraten? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich viel lachen, oder? Ja, da haben Sie recht. Na dann, Prost! Na dann, Prost! Die 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 Musik 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 Aussteigen hat er die eine Anfrage Wir haben ihn einfach in der Ruf Ja doch Ein bisschen runter Das ist super Das ist super hier So genau wo wir aufstehen Ja Alles gut Ja Musik 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 Ja, okay, dann müssen wir die Grille aber nicht wieder drauf machen. Nein, nein, was heißt das? Ich hab's nicht gesehen, sonst sieht man so schmal auf der Seite. Ich hab's nicht gesehen, sonst sieht man so schmal auf der Seite.